Da ist sie, die Dame im grünen Kleid. Das ist mein Lieblingsgemälde im ganzen Museum. Das kann ich verstehen. Es ist wirklich toll. Hey, guckt mal, da ist Reptil. Okay, jetzt bist du dran, Reptil. Was magst du im Museum am liebsten? Ich geb dir nen Tipp. Meine Superkraft verwandelt mich in einen Dinosaurier. Wow! Hm, Entschuldigung, Reptil. Aber herumbrüllen ist im Museum nicht erlaubt. Verzeihung. Das ist schon in Ordnung. Vielen Dank. Lass mich raten, deine Lieblingsausstellungsstücke sind die Dinosaurier. Genau, ich liebe Dinosaurier. Ich liebe kleine Dinos, ich liebe große Dinos, ich liebe alle Dinos. Ich liebe Dinos auch. Ich glaube, jeder liebt Dinosaurier. Das mag ja sein. Und umso trauriger werden alle Besucher sein, wenn sie ins Museum kommen und dieser Dino nur noch ein Haufen Dino-Knochen isst. Hey, der T-Rex. Er fällt auseinander. Los, Netze, los! Spin! Hab dich! Und jetzt nichts wie weg hier! Das hättest du wohl gern. Wo soll's denn hingehen? Vorsicht! Weißt du was, Reptile? Ich muss sagen, es ist Tollkunst anzusehen. Und ich liebe Dinos wirklich sehr. Aber nichts ist besser, als Kobe aufzuhalten. Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney-Channel. Royal Cickel 4 4 4 5 8 5